Appetit auf Geschmack, Appetit auf Unterhaltung, Appetit auf Human Touch. Und das, liebe Zuschauer, ist das Thema in den nächsten 30 Minuten. Kochen entspannt und macht doch wahnsinnig Spaß. Und Kochen mit den Profis inspiriert doch zu neuen Daten in der Küche. Lafos Kochwelt macht Appetit und isst Unterhaltung. Und vor allen Dingen mag ich es halt gerne, wenn es gut schmeckt. Ich bin nicht der Häppchenesser. Da hast du halt die Wahl. Entweder du genießt uneingeschränkt oder du wirst immer dicker. Lafos Kochwelt ist das Magazin rund um Kochtipps, guten Wein, Prominente. Und das Auge ist mit. Lafos Kochwelt zeigt Geschmack und macht Appetit auf mehr. Ich hatte Spaß. Es gibt immer Gutes zum Essen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adieu. D olmas younger, Sch해요. Super. Bis zum nächsten Mal. Eiskorie liegt woke-t. Bis zum nächsten Mal.